da muss man schon können ach du scheiße ach du jetzt ja beraten angefallte richtung ja 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 ich war weil ich brauche ich brauche eine pflanze wirklich dafür ich weiß nicht wo hier eine pflanze eine pflanze wächst also die barriere davor ok gut na ok war hier ok dann dann immer weiter gehen dann kommen kommen später darum erscheint er wohl erst später zu gehen war ja auch eine barriere über alles hier ist da habe ich bock hinzugehen ich hoffe euch jetzt mal gehen wir auch hin wird ja hier noch etwas passieren in richtung keine flinke man weiß halt wenn man auch nicht mehr auf dennoch was passiert ich habe auch hier ist glaube ich nichts mehr ja auch komischerweise verschwindet ich könnte mir auch ganz gut vorstellen dass das spieler und damit er sagen würde ja da ist zwar noch ort aber haben später wieder was denn da auch versperrt siehst du jetzt alles versperrt aber der hauptweg komischerweise ich habe auch ganz gut vorstellen dass das spiel uns jetzt hätte ich erst mal auf den richtigen fahrt bringt und dann erwägen einen sprint normal war hier ein bisschen so ja gut hier gibt es noch einen weg wollen die karte gucken immer wenn ich irgendwo anders lang gehen will da spüren die karte gibt es denn hier wenn wir uns 25 was ich ja 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 es ist einfach mal gucken und einmal zurückgehen ob jetzt hier das eine andere machen hier mal da ein bisschen ging es auch nicht weil alles noch da habe ich nie erschaffen fällt dir mit sich den neuen neue gegner den stein aber gut das ist ja noch handelbar und dann darf ganz kurz zurückgehen jetzt gibt es das so dann war gut dann war das alles hat der erinnerung wo wir eben noch waren da natürlich können wir keine interaktion in der in der welt die ausführung ist klar denn er die erinnerung war auch beeinflussen würde waren das rott und den rott haben und ein paar gegner hallo so blöd dann von los hier Okay What I'm gonna do Huh Ja Sehr schön Das ist hier Oh, ich habe das Ding Oh, ich habe das Ding Oh, ich habe das Ding oder das Matten Achso, muss ich denn bei euch bleiben Oder was? Ich habe das Ding Oh, ich habe jetzt Ob Ja, achso, ich muss also So genauer Schritt für Schritt Anweisung gehen und checken sie es nicht Oder ist das okay? Ah, ist zu weit gewesen Achso, okay, also sie können nicht checken Hey, oder Ja, und dann Ja, gecheckt, sehr schön Wie wir jetzt in einer von euch als Navigator Äh, so ein bisschen agieren würde Wenn ihr schon so viel seid Ah, okay Ja, ich habe das 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 pflanze wo die genau die gedeiht oder so ich brauchst du eine pflanze ja ja genau die brauche ich aber wohl war wo es der zugehörige wenn das das brauche ich ja ja genau das wollte ich eigentlich auch gerade machen und dass wir die ganze zeit machen ich habe irgendwie naja gut dafür bekommen denn damit können wir ja genau und aber doch genau er ist nicht warum denn auch immer verschwindet oder haben wir den jetzt schon das darf haben wir doch ja gut ja müssen wir mal gucken mit den hüten ja wir wollen ja alle aber alle hüte jetzt ich will ja kein gut für keinen sonst war kein guter fest darauf machen insofern würde ich sagen ein paar haben okay wir haben die bisher noch nicht mehr eingehen über die die wir haben nutzen das ist ein acht feinde auf zeit nah an die auf zeit an die auf zeit ist gut ich siege alle feiern gut eine besiegen hat man freundlich kein blut soja ich wusste immer gibt es einen haken ein großer feind wird aber ich bin doch weg hallo naja er stimmt er soll Oh, er führte dich an. So, tschüss. So. Ich hab da eben... Ja! Nein! Jetzt umsiege ich mich jetzt. Jo, der besiegt mich. Was war das? Ah, fuck. Okay, okay, okay. Den muss ich auf jeden Fall damit den Rotz besiegen. Und dann einfach versuchen wir uns darauf halten. So, nicht treffen. Da wird keiner treffen. Aber ich glaube, wir sollen auf einmal zurückgehen gleich, ne? Dann mache ich um die Zeit 10 Türen wohl. So, komm, wir machen. Ja, ich sehe deine Laufdauer. So, was ist hier schon auf? Was, eben genauso? Ja, auch meinen Kollegen gut. Ist gut. Hm, der hab ich nicht getroffen. Ja, was? Ja, natürlich. Ich spring da weg. Und sonst... Aber du, natürlich. Einmal. Hallo. 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 Ja, der Rott. Ich hab doch einen. Hä? Hä? Warum nicht? Ich hab doch einen. Ich hab doch einen. Hallo. oder kann man das mal ganz mal einfach mal den als nur noch beide nein aber auch beide woher soll ich denn das wissen haben beide woche das interessantes oder wird dann da gehen wir mal zurück ich glaube wenn ihr gerade kreuz und quer nur machen kann auch nicht entfinden dass wir zurück dann müssen wir ganz kurz wieder zurück zu gehen am anfang ach so man darf auch ein ok brauchst du zwei jetzt wollen wir töst du mich nicht auf Ja, ja, so aber ammerhaust du mich? Ernsthaft? Das ist doch so wichtig. Ich hab doch saubgehalten. So, schön. Ich darf deinen goldenen Fußteil damit. Ja, ob das durch den Arschloch. Richtig cool. Hä? Da sagt man. Natürlich hat er da lassen, die man verbringen kann. Ach, ne. Ach, ne, oder? Ach, äh, weiß ich nicht. Ach. Ach, ach, weiß ich nicht. Ach. Ach, ach, komm, egal. Ich könnte da weiter. Ach, komm. Ach, komm, egal. Ich krieg da sowieso nix für. Ich könnte da weiter. Ich könnte da probieren. Ich hätte es ja eben auch. Fast, aber ganz ehrlich, kriegt er sowieso nix für. Es ist echt, du kriegst ja irgendwie nix für. Ey, guck dir, du hast ne Herausforderung geschafft. Ja, danke, wir gegen euch. Danke, das krieg ich. Danke. Also, ich verpisst mich. Habe ich noch mal dagegen. Ich hab einfach. Irgendwie jetzt die Motivation noch mal probieren. Er könnte es. Dann könnte er es schaffen. Ob ich nicht blühen würde. Also, hab ich ja, aber. Wenn ich auch das probieren würde. Ah, da muss das hier. Ah. Ah. Wie lange ist das nicht. Oh, wir geben Pfeile. Wir suchen irgendwie. Ja, natürlich. Hä? Also, du schlägst mich einmal. Ja, natürlich. Du bist die wieder. Oh, alter. Das ist ein nerviger Gegner. Ach, nee. Nicht so nervig. Wir müssen aufhalten. Komm, ich bin mir nie voran. Ich bin da und. Lichtig. Ah, okay. Ich muss das so machen. Ich bin ja nie wieder fertig. Opa. Oh, hi. Komm mal her. Ich brauch ein bisschen. Energie. Was? Nein. Oh nein. Egal. Hab ich das bei dir mal gemacht. So. Na, tschüss. So. Ich meine, er ist er. Äh, schafft. Mhm. Eigentlich wollte ich auch nur den Rot haben, ne? Sind es witzig. Ich wollte eigentlich nur den Rot haben, ne? Und dann hab ich einfach. Irgendwie tun. Aber sonst was. Ja, ich hätte es jetzt noch weiter gemacht. Probieren können. Aber es sagt irgendwie immer so. Es rentiert sich auch nicht. Du kriegst dir das neue Schwert. Irgendwie was. Irgendwie was cooles. Wo du sagst, ob. Das. Referentiert sich das halt. Irgendwie mehr so ein Ding. Hey. Ich mach das. Du auch. Aber als Gag. Und dann kann ich auch die normalen Gegner für nehmen. Gut. Den muss ich. Dann nicht. Aber. Diese Röcke. Sie sehen, als ob sie Teil einer größeren Struktur. Das ist unser Ochs. Er hat uns geholfen. Das Land. Wir müssen ihn helfen. Okay. Ich weiß nicht, wie er sein könnte funktionieren, aber wir können ihn nicht so sein. Wir versuchen, ihn zu entfernen. Wir versuchen, die anderen Bereichen der Struktur. Ich glaube, sie sind verbunden. Mhm.